Hallo und herzlich Willkommen zu Level 10 bei Shadow Warrior und ohne viel bla bla, gehen wir mal auch gleich in die Offensive und starten. Level 9 war ja bis jetzt das haarigste Level, fast eine Stunde dran gesessen. Hoffen wir mal, dass es nicht ganz so hart wird. Aber auch interessant, auf Level 10 erklären wir einem, dass man nachladen kann. Entlass mit der Suche Die Luftwaffe Die Luftwaffe Die Luftwaffe Was sind diese Dinge? Sie sind allgemein über den Ort. Bleib deine Distanz, wenn du kannst. Sie sind einfach, aber persistente. Und sie sind hier für die Sword, wie wir. Aber woher kommen sie aus, darling? Hast du das gefragt? Wir folgen Orden. Wir fragen uns nicht Fragen. Also, warum starten jetzt? Hm. Überall das Geld versteckt. Sieg die footballer. Oh, das war's. Ich bin jetzt aufs Bastard. Ich bin jetzt aufs Leid. Oh Gott, nein. We left you a little care package, darling. Grab it and let's start rigging it up. Are we infiltrating this ship or demolishing it? Both. It's full of evidence. Master Zilla is deeply allergic to evidence. I don't see any demons dusting for fingerprints. Orders are orders, Mr. Wang. Fair enough. But let's hold off blowing anything up until we get that sword. Ah, there's the brilliant tactical thinking you're known for. I knew it would come out eventually. Fuck off. Not fuck off, but fuck me. Eben ging's noch da hoch. 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 Das ist cool. Was für ein Zufall, dass dieses Loch genau hier hält. Alle Achtung! Was für ein Zufall ist, was für ein Zufall ist. Was für ein Zufall ist, was für ein Zufall ist. Was für ein Zufall ist, was für ein Zufall ist, was für ein Zufall ist, was für ein Zufall ist. Oh, das fühlt sich gut. Was für ein Zufall ist, was für ein Zufall ist. Also, das ist ein Zufall. Was für ein Zufall ist, was für ein Zufall ist. Das war's für heute. 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 Kagami, darling. Das war's für heute. 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 Ich glaube, das war's für heute. Ich glaube, das hat wehgetan. Ich glaube, das war's für heute. 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 Das war's für heute. So. Okay. Okay, das war's für heute. Ich weiß jetzt, dass man die Schildviecher auch mit dem Anheben auf die Sitze. Das ist auch cool. Öh, obere Etage. Öh, ja, Leiter? Oh, das ist doch noch nicht. Was ist denn? Oh, das ist doch noch nicht. Das ist doch noch nicht. Drei Türen, bei denen es weitergeht, wie ich glaube, in die Reifen, das nicht mehr zurückgeht. Drei Türen, bei denen es weitergeht. 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 Drei Türen. Drei Türen, bei denen es weitergeht. 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 Drei Türen. Drei Türen, bei denen es weitergeht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und noch ein bisschen mehr Geld. Das sollte passen. Das ist doch schon ein guter Start. Das nächste Mal sagt er mir bitte vorher Bescheid, dass ich das ganz vergessen habe. Wobei das zeigt doch gut, dass man ein Spiel ohne Updates schaffen kann. Das ist doch ein guter Start. 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 So many demons, so little time. Cranes, ships... I finally know, what I'm going to do when I grow up. Longshoreman! Splendid! 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 Ja! 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 Habe ich eigentlich schon mal gehört, dass ich diese Viecher hasse? Ja! Ja! Ach, ist das Schiff oben unten! Ja! 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 Das war so klar. Und selbst Wang stirbt mit mehr Elan. Ja! 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 Das war's. Manchmal ist es auch mal gut da. Das war's. 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 war's. Das war's. 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 says, war's. 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 allgemein. war's.